Oh, 30 Frames geht's jetzt schon los, Entfer, oder was? Bitte nicht dringend, Frames. Das wäre ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. So, ich mach einfach mal die Hacken. Bis hier. Das wurde repariert. Achso. Ja, okay. Wunderbar, dann kümmere ich mich erstmal ums Personal, das ist hier... Ah, da kommen schon die ersten Leute. Laufen wir schon durch. Und, das fällt mir jetzt erst auf. Haha. Schlimm. Genau so sieht es gut aus. Wunderbar, also. Leute, wollte ich mich kümmern um Leute. Hier, Personal. Reinigungskraft 7. Zeig mal deinen... Hey. Weg. Ich weiß ja noch nicht, doch, du hast schon einiges zu tun, glaube ich. Aber weißt du was? Gib dir noch mehr. Was mit Reinigungskraft 6. Die ist da hinten zuständig. 4. 4. 4. Was hat 4 für den Bereich? Ich sehe nichts von 4. Oder ist 4 das da? Ne, das ist zieht nicht. Hier ist nix hellblaues. Also so... Das hätten sie aber auch zweifarbig machen können, Mann. Was mit 3? 3 hat wir was, das erkenne ich sofort. Maxi, was macht Maxi eigentlich? Der macht das Karussell natürlich. Aber 4? 4 kriegt dann den Bereich hier. Wenn da was hinkommt noch. Darf er natürlich auch hier drauf laufen. Genau. Mechaniker? Was denn denn neust du? Alter, Leute, Mechaniker. Worum kümmerst du dich? Um nichts. Jetzt hast du was. Ich muss das alles nochmal irgendwann neu machen. Aber wenn ich Bock drauf habe, mache ich das. Okay. Der Zaun ist weg von hier oben. Na, das sieht alles sehr dünn aus. Aber von nahen sieht es gut aus. So, deswegen wird es noch bepflanzten, wenn wir das nicht ganz so sind. Wieso rennt hier da außen rum? Achso, weil die Treppen da sind. Ich verstehe. Es nahm erstmal genug. Es nahm erstmal da, da und nachher auch da. Warum noch? 4 von fast daraus werden wir schon noch bauen müssen. Ja. Oh, und was ich mir überlegt habe. Einfach, äh, weil es epischer wäre, habe ich irgendwie beschlossen, dass ich die... Die ist, ist jetzt nichts Schlimmes, aber... Und nichts Großes mit Veränderungen, aber ich habe beschlossen, dass ich die Partnummer etwas drastischer hören werde. Ich habe schon ein, zwei Parks gebaut und ich hätte gern die Zahl von allen Rollercoaster-Tacken und drei Parks zusammen gezählt. Weil ich finde, dann sieht es epischer aus, wenn da so viel, äh, ja, wenn da so größere Zahlen stehen. Ja, das werde ich jedenfalls machen, mache ich es jetzt ab der Folge. Einfach. Ist das nicht die Folge 35? Oder ne, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Jetzt werden momentan... Ist das auf jeden Fall die... Soll ich den ersten Pack... Ja, ich zähle den ersten Pack auch dazu. Da haben wir im zweiten Park zwar kein... Park... Zweiten Park zwar kein rundes Jubiläum. Aber ich finde, das macht auch nichts. Weil wir dann irgendwie... Insgesamt ein 250. Jubiläum oder so kriegen. Natürlich cool hier, zwei fette Eichen, die passen da immer hin. Die passen auch hier hin, ach, das ist so toll. Ich liebe es. Ich liebe die Bäume. Hier unten haben wir noch die Zuckergiefern, die darf man nicht vergessen. Die passt hier hin. Hier zum Beispiel. Dann nehmen wir noch die kleine, vielleicht da unter das Zelt so ein bisschen. Wunderbare Rosen könnte ich auch mal machen. Ja genau, ich mache die Blätterrose. So wie es sein soll. Das mochte ich immer ganz gern, wenn hier so ein paar Rosen stehen. Kann ich hier hin machen. Genau, müssen ja nicht überall sein. Nur an so bestimmten Stellen. Und hier kann man auch noch... Hier passen keine hin. Ich mag die Eichenbäume am liebsten. Die mache ich einfach. Hoppla, passt da gar nicht. Vielleicht nicht zu nah an die Achterbahn hin. Das freut die Leute in der Achterbahn, wenn das dann nicht zu nah dran ist. So, aber auf jeden Fall Büsche kann man hier noch machen. Büsche gehen auch natürlich hier hin. Dann haben wir das hier schön verbaut eigentlich. Hey. Relativ schön geworden eigentlich. Puh, ist das nicht ein schöner Ausblick. Das gefällt mir. Doch, doch, ist schön. Ist auf jeden Fall schön geworden. Jetzt bringen wir das Mackie zu Ende. Weil das steht hier so fertig rum, dass wir mal ein bisschen weiterkommen. So. Das weiß ich auch nicht, was das sollte. Irgendwie bekomme ich Hunger. Ich muss noch was essen, wenn ich hier fertig bin. Schauen wir mal, wie schnell das Mackie jetzt fertig ist. Und dann erst mal speichern, weil wir haben wieder was Neues gebaut. Und das freut mich. 522 Gäste, das gefällt mir. Ich muss noch mal mit dem Peep-Generator rumprobieren, damit das... Also nicht mit dem Generator, sondern mit dem... Dass mehr Leute reinkommen, weil das ist schon cool, wenn der Park voller ist. Gefällt mir lieber. Gefällt mir lieber. Gefällt mir mehr. Auch falsch. So, passt das. So. Setzbänke und sowas haben wir alles. Das passt. Und jetzt kommen dann... Achso. Obendrauf dann oder was? Also, jetzt müssen... Wo war's? Wo war's? Wo war's? Wo war's? Ich weiß nicht mehr, wo's war's. Was machst du das mal? Ah, doch, da war's. Hier war's ja. Ich hab's gefunden. Hier kann man's eigentlich rot machen. Es passt ja perfekt dahin. Hier haben wir Getränke, äh, Essen. Ne, Moment mal. Essen und so muss ja hier hin. Hier wird fett gedingenst. Ach Gott. Nein, ich such. Dies Dinger. Ich such's erst hier. Genau. So, und dann... Kitchen half. Ne, ne. Ne. Ich suche... Was ist das? Ach, sowas komisches, was das Auge in meinen Nacken tut. Ähm, ich suche... ...was kleines, dass das da hinten noch zugeht. Ja, sowas, aber... ...ohne das oben drauf. Kitchen half. Genauso. Such ich das. Dann fries passen da noch hin. Und nochmal fries. Genau. Ich würd sagen, ich mach hier zwei mal fries hin. Hier ist dann offen. Hier geht's dann raus. Hier machen wir nochmal... ...so ein halbes Ding hin. Genau, und hier ist dann einfach eine Wand. Hier ist einfach unbenutzt. Was soll der Guides? Hier muss offen sein, dass die Lüller durchkommen. Und jetzt ist natürlich die große Frage... ...große Frage ist beantwortet. Danke. ...so. Falsch. Passt auch nicht. Hä? Das war doch grad noch. Gut. Muss das ein dunkleres... Muss das das hellere Rot sein? Nee, das ist auf keinen Fall. Oh, warte, war das nicht... Ach genau, das war ja aus dem Set hier. Haha. Okay, aber zuerst... ...und was mach ich denn? Ach. Mann, ey. So, zuerst noch Essensstände hinbauen. Ist, glaub ich, hier dabei. Was für General Store normal. Genau. Und diesmal ist ein Kerl. Was gibt's denn hier zu essen? Hier gibt es... Hier muss natürlich auch Burger hin. Burger. 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 Burger Cheeseburger mit Double Big Mac. Ja, genau. Hier haben wir schon mal alles hingebaut. Hallo? Achso. Ja, ständig Satz im Grunde. Ist dir nicht egal. Dann heißt es halt weiter so. Und hier gibt's Getränke wieder. Für Getränke gibt's nicht so viele Alternativen. Hier gibt's nur Getränke und Limo, was man eigentlich überall hinmachen kann, finde ich. So. Wir sind natürlich noch lange nicht fertig hier mit der Innereinrichtung. Lampen fehlen natürlich auch noch. Die darf man nicht vergessen. Ich würd sagen, wir bauen jetzt nicht alles fertig. Sondern einfach nur ein Stück weiter wieder. Dann bauen wir uns... Und irgendwann ist es auch fertig. Irgendwann ist dann alles fertig. So, und dann machen wir... Müssen wir noch mal in... Das Matze McCannery Fast. Und zwar müssen wir da noch... Mach ich das so. Dann kann man da nämlich schön durchgehen noch. Zumindest die Leute hier. Aber das ist hellerot. Und dann... So. Hier einfach zu. Hier einfach... Zu. So. Ist ja jetzt ungut. Machen wir's halt gleich so. Dann machen wir's halt so. Ist natürlich auch okay. So. So. Getränke machen da hinten keinen Sinn, weil Getränke füllen die typisch hier selber ab. Deswegen kriegen die Getränke hier hin. Drinks kriegen die hier hin. Dass wir die selber abfüllen können. Nein, die sollen... Grau sein. Einfach ein bisschen... Offset, bitte. Äh, Hut. Einfach. Weil die passen dann. Gut. Das war auch sehr gut. Im Übrigen. Von mir gemacht. Die passen nicht. Da brauchen wir die Offset-Dinger. So gefällt mir das. So passt das. So ist das. Hier schon. Dann machen wir hier noch... Ähm... Hier weiter. Boah, ich bin grad voll am Überlegen. Deswegen bin ich so leise auch. Also leise. Ähm, ähm. Ruhig. Wollte ich sagen. Aber was soll's. Ähm. Hier müssen wir auch noch unbedingt ein Schild mit Donaldson machen. Aber das ist ja wohl ganz klar. Ich bin so dumm. Ich muss doch noch hierbleiben für... Das. Nur für das. So. Für mehr nicht. Weil dahinter genau kann man nicht schauen. Weil wir nur bis hier hinten dann... mal reinschauen können. Und hier machen wir einfach zu. Und dann passt es. Sieht auch ganz gut aus. Finde ich. Was hab ich... Wo hab ich die Kassierkassen nochmal gesehen heute? Das hab ich schon wieder vergessen. Und dann... Vielen Dank.